Uuuuh Freunde, der gepflegten Tanzmusik und des Breitensports Ich hab immer ne Befürchtung, dass die Kleine oder die Oma das kleine Kind, was wir damals gesehen haben bei mir im Video hier, was hier stand oder halt die Oma irgendwo auftaucht urplötzlich Da hab ich so ein bisschen Muffen vor Dass sie irgendwo am Fenster steht und dann so guckt so HALBO Da die Geräuschkulisse ist ein Traum Also wenn ihr das mal selber spielt oder so, setzt Kopfhörer auf, kann ich nur empfehlen Ganz weit vorne Ich hab ganz schlechte Erfahrungen an die Ecke Wo kam die Musik jetzt her? Ist doch kein Safe Room hier, oder? Ist ein Bug, oder? Ja, ist glaube ich ein Bug Wer spielt denn klar Klavier? Ach stimmt, hier war ja ein Klavier drin, ne? Uuuuh 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 Was spielt denn der Klavier? Jaja, eine Voodopuppe Alter, das ist so dunkel da hinten Ich will gar nicht zum Klavier gehen Nachher passiert da was Uuuuh Was ist das denn hier? Habe den, was? Ohrensaus und kann nicht mehr schlafen Das Kind hat auch gesagt, so hat er recht Irgendwas stimmt mit dem Kind nicht und der Frau mitgebracht hat Also das haben wir ja schon gelesen, ne? Genau Spielt denn bitte hier Klavier? Oh Gott Oh Gott Boah, diese Dunkelheit da hinten ist fürchterlich Da hinten in diesem Dings hinter dem Klavier Das ist so Boah, das ist so Boah, das ist so uncool, Freunde Das ist so uncool Oh Gott Ihr habt zu lachen, ich hab Anstrengung Schlimmer wie beim Kacken, ey Oh Gott Hallo Das wird schon seinen Sinn haben, warum die Tür so versperrt ist, oder? Oh nein Oh, es ist dunkel Huuuuh Ein Kinderzimmer? Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Hallo Krokodil Hallo Krokodil Oh Gott Oh Gott Oh Oh nein, die Lampe flackert Oh nein Oh nein Oh nein, das ist nie ein gutes Zeichen Oh Oh nein Oh nein, oh nein, oh nein Ohaah Ich weiß, was jetzt gleich kommt Ich kann mir das vorstellen Oh Gott, bitte nicht Oh nein Oh nein Ohohoho, Freunde Oh Gott Was ist das für ein Geräusch? Ich will hier nicht sein Oh Gott Oh Gott Oh nein Oh nein Ohohoho, was ist das denn? My family, my family, my family Evelyn Aber wer ist denn Evelyn? Aber wer ist denn Evelyn? Die Tochter? Jetzt haben wir ja schon die Schuhe und so gesehen Wer ist denn bitte Evelyn? Das ist ja das kleine Kind wahrscheinlich vermute ich mal, aber Oh Gott, Leute, ich bin so am schwitzen gerade Ich habe so Muffen Mir geht gerade so die Düse Oh Gott, ich will mich gar nicht umdrehen Oh Gott Oh Gott, aber wer ist denn Evelyn? Das kann doch nicht die Tochter sein von denen, oder? Oh, und dann noch Spieluhrmusik Ist ein Traum Irgendwas passiert gleich Ich weiß es genau Oh, nein Mach zu Mach zu Mach zu Ich hasse Puppen Ernsthaft? Hm Ist das Oh, oh Ich glaube Ich glaube Evelyn ist böse geworden, kann das sein? Hör auf zu wackeln Oh, ist der, alter ist der gruselig Lass los Lass ihn los wackeln puede Oh, nein oh nein Oh, nein Oh, nein Oh, nein Mann, Mann, ich geh jetzt hier durch. Oh Gott, oh Gott. What the fuck? Uah! Ich hasse Puppen! Das sind übrigens die Puppen aus der Demo. Nur so zur Info. Oh, hier legt ein Zettel. Stimmt mit ihr nicht. Ja, schön. So ein Zettel mag... ...findet. Das hat doch einen Grund, warum die Tür zu... Geh weg! Lass das, hör auf mit mir zu spielen! Oh, bitte Leute, on... Scheiß, oh nee! Ohne Scheiß! Ach, komm, hört auf! Alter, das geht gar nicht. Oh, ich könnt euch nicht vorstellen, wie dunkel das ist. Oh nein, oh nein, oh nein. Nein. Okay, tschüss! Ohne Scheiß! Ohne Scheiß, Leute, nein, ich kann das nicht ohne Scheiß. Ohne Scheiß, nein, nein, ich kann das nicht. Ohne Scheiß, ich kann das nicht. Alter, wenn ihr schon sagt, bleibt fort in der Stimme. Oh Gott. Blut und Wasser hat mich mit einer Klitschnasse, oder scheiß ich... Oh nein, das ist ein Ball. Hallo, Ball. Komm mal hier. Eine Tür. Oh nein. Irgendwas kommt gleich. Nein, oh nein, 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 nein. Ich will hier nicht sein. Ich will hier nicht sein. Guck mal, ein Haus. Oh Gott, hier passiert gleich was. Das ist eine Sackgasse. Oh, die Tür ist zugegangen. Die Tür ist zu. Und hier ist ein Zettel, wo nichts draufsteht, oder? Wo ist das denn? Was soll denn das sein? Hä? Da, Tür? Ach, ich verstehe. Das ist der Raum mit dem Bett. Und hier eine Wand ist eine Tür. Hier. Hier ist eine Tür irgendwo. Hier. Oh nein. What the fuck? What the fuck? Evelyn? Ich will da nicht hin. Ich will da nicht hin. Oh Gott, oh Gott. Alter, die springt mich gleich an. Die springt mich gleich an. Die Serie arm. Oh nein. Oh nein. Die springt mich an. So was macht man noch nicht. Mann, das arme Kind. Ich schätze, das ist er. Springt mich an. 100%. Die springt ihr mich an, oder? Ich wette damit. Tschüss. Oh nein, oh nein. Die Musik. What the fuck? Oh, ich muss weg hier. Oh, ich muss weg. Oh. Oh. What the fuck, Alter. Woo. 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 Alter, geh weg. Alter, geh weg. Lass mich. Kevin, lass mich. Du stinkst an Maggi. Alter, du brauner Cothaufen. Woo. Wow, geh weg. Wo muss ich hin? Woo. Die kommt doch. 100%. Die kommt gleich. Die alte. So, habe ich jetzt alles? So, jetzt. Muss ich nicht hin? Ach nee, so hat der den Kopf, ne? Äh. Ja, und jetzt. Das Serum herstellen. Wie kann ich in der Serie das Serum herstellen? Oh Gott. Alter. Wo? Was? Wie stelle ich dir das Serum her? Oh Gott. Oh Gott. Sorry. Hast du ihn gefunden? Ja. Ich hab ihn. Können wir mit dem Ding wirklich ein Serum herstellen? Wird schon klappen. Wenn wir's hergestellt haben, können wir hier raus. Gemeinsam. Ich warte im Wohnwagen auf dich. Okay. Sie wartet im Wohnwagen auf uns. Ich glaube nicht, dass wir Zoe dort antreffen. Ich glaub nicht, dass... Ich glaub nicht, dass wir's bis dahin schaffen. Das wär zu einfach. Es ist schon wieder so arschdunkel hier. Die Kleine kommt. 100%ig kommt die gleich. Ich wette damit. Die Brücke bricht ein. Oder auch nicht. Freunde. Ich werd nicht alt. Wenn ich das Spiel hier spiele. Boah, hier ist so viel erst mal speichern. Oh, Leute. Sie wartet im Wohnwagen. Nie im Leben würde ich trauen. Von den Ifen ist ja auch so leichtgläubig, ne? Naja, die wird uns bestimmt helfen. Hat sie wenigstens ihren BH mitgenommen? Nein. Hallo? Ich dachte, sie ist hier. Lügnerin! Jetzt verkaufe ich dein BH auf Ebay. Wo zur Hölle bist du? Ach, ist auch egal. Wir brauchen nur noch den Kopf und den hast du. Und das wird mir und mir helfen. Hey, Kumpel! Ich dachte, du solltest wissen, dass ich Zoe eine Auszeit verpasst habe. Sie und Mia sind hier bei mir. Und sie leisten einander Gesellschaft. Lass sie doch beide gehen. Wozu brauchst du sie? Nein, nein, nein. Das ist familienintern, Ifen. Und nicht deine Sorge. Verstanden? Also, wenn du den Kopf haben willst, kannst du ruhig jederzeit vorbeikommen. Und ich gebe ihn dir. Aber nur, wenn du an einer kleinen, Nö, 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 Aktivität teilnimmst, die ich vorbereitet habe. Nur für dich. Welche Aktivität? Oh, 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 du bist schon ganz scharf drauf. Aber keine Sorge, die läuft ja nicht weg. Als allererstes hätte ich gerne, Partner, dass du für mich einen Blick in den Kühlschrank dort im Wohnwagen wirfst. Leck mich. Oh, komm schon, sei doch nicht so. Du willst doch ein bisschen Spaß haben, oder? Jetzt schau in den Kühlschrank. Oh, Gott. Oh, Gott. Bevor ich jetzt da irgendwas mache, es scheint kein Schutzraum mehr zu sein. Keine Musik läuft nämlich mehr. Ja, brauchen wir jetzt den Arm sofort? Ich glaube nicht, ne? Ich lasse den mal da liegen. Ähm. Oh, wie ist er denn? Der Polizist. Das ist der Kopf vom Polizisten. Äh. Das Schwein wartet im Zerlegungsraum auf dich, Miststück. Das Schwein wartet im Zerlegungsraum auf dich, Miststück. Ähm. Warte mal. Kann ich raus rein... Äh, Steuerung? Zerlegungsraum. Container, Salon, Eingangshalle, Wohnzimmer, Keller, Wasserspeicher, altes Haus. Ähm. Kann ich hier auf neues Haus aufwechseln? Esszimmer, Waschraum, Eingangshalle, Eingangshalle, Vorratssalon, Untergeschoss. Da, Zerlegungsraum. Hallo? Soll das jetzt ein Hinweis sein? Aber im Zerlegungsraum waren wir doch. Ich speichere erst mal. Ich speichere erst mal ab und dann gucken wir mal. Neue Daten werden gespeichert. Wir müssen bestimmt da rein, da ist bestimmt der Polizist. Und der Polizist hat wahrscheinlich vielleicht irgendwie so Zugangskarten, weil wir haben schon gesehen, dass bei ihm die Tür versperrt ist. Und das zumindest so danach aussieht, als würden... ... ... ... ... ... Alter. Was ist das denn? Voll die Achterbahnfahrt oder was bei dem? Welcome, Paradise. Da ist. Ja. Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das heißt, wir müssen erst mal Richtung Zerlegungsraum gehen. Ich schaue mir hier noch mal ein bisschen um. Äh, 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 geht kaputt. Oh, komm mal an. Hey, wuhu, Kraut. Yeah. Beim Magenlitz lache ja auch noch so viel rum, ne? Was ist denn hier in der Ecke? Ist hier irgendwas? Ah, guck mal an. Spaltmittel. Ist hier noch irgendwas? Oh, ey, geh kaputt. Oh, geh kaputt. Hm. Geh kaputt. Habe ich noch? Oh, eine antike Münze. Ich glaube, das ist die Münze gewesen, die ich gesehen hatte. Boah, wie creepy da drüben. Ist da das Gästehaus, wo die, äh, wo der dann jetzt auf uns wartet, oder was ist das? Ah, ne, Gästehaus war mal am Anfang, ne? Aber wenn wir doch jetzt Margaret und Jack erledigt haben, dann haben wir doch hier jetzt... Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Alter. Alter. Das Ding in da an der Seite, da, das, das Ding in da, dort, da hinten, das da. Alter, das kam jetzt so in den, links ins Auge reingefadet. Oh Gott, ich habe mich jetzt so erschrocken. Wie kommen wir denn jetzt ein bisschen in den Keller? Ja, ähm, zumal wo ging es ja jetzt noch mal in den Keller. Äh, war das hier lang? Ich habe schon alles wieder vergessen. Äh, Salon, Vorratsraum, Wachungsraum. Da geht es in den Keller. Krematorium, ja. Ach, ne, warte mal. Können wir auch hier lang gehen? Wir haben ja die Abkürzung. Und ganz ehrlich, wo ist die Oma? Ich vermisse immer noch die Oma. Ob wir die jemals wiedersehen? Weil die stand ja hier im Flur und dann war vorbei gewesen. Also ich frage mich, ob die Oma irgendwie, äh, ähm, ja. Und warum ist das hier so... Äh, Leute? Warum ist das hier so dunkel? Ach, komm, hör auf. Ach, komm, hör auf. Ach, Leute, nein. Nein, nein, nein. Was ist das für ein Geräusch? Hier war doch Licht. Oh, der Zerlegungsraum ist, warte mal, links von uns. Oh, kommt, Leute. Ernsthaft? Das wirkt gruseliger, wenn nicht Licht aus ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und nur mit Schaschenlampe ist es echt schlimmer. Kommen die jetzt wieder, die Viecher? Was erwartet mich denn da? Die Oma! Ich hab's gewusst! Die Oma! Ich kann's aber nicht erschießen! Die Oma! Äh, warum raucht's denn da hinten? Oma, geh weg! Geh mir aus den Weg! Oh, geh mir aus den Weg! Oma, Oma, geh weg! Ich... Oma, Alter! Du bist das Verderben! Entschuldigung! Alter, wer rollt die Oma denn immer hier hin und her? Das kann doch nicht sein! Ich glaub nicht, dass das Lukas ist, der die Oma die ganze Zeit permanent hin und her rollt. Das bestimmt die Oma selber. Ist die jetzt wieder weg? Warte, ich geh mal gucken. Nee, sitzt noch da. Alter, die Oma ist schlimm. Ohne Scheiß, ist die schlimmste von allen. Ohnein, hier hat sich was geändert. Könnt ihr euch noch dran entsinnen? Guck mal. Ja, aber hat das... Hat das Lukas gemacht, hier alles wieder umgeräumt? Der Cop liegt jetzt hier auf der Bahre. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Was war das? Ist Jack wieder aufgestanden? Was ist das denn, Alter? Guck mal, Zeit für einen Klempner hier bei denen. It's a me, Mario. Alter, die sind ja noch schlimmer wie die... Alter, hier ist jetzt noch mehr überwuchert worden jetzt in der Zeit, wo wir weg waren. Jack, seine Hose liegt aber nicht mehr hier, oder? Beziehungsweise sein Unterteil. Oh Gott, ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Lol, war das vorher auch schon da? Das war doch vorher nicht da, oder? Lautsprecher. Was steht da? Zeig, dass du ein echter Mann bist. Steck deine Hand in den Rachen des... Was? Steck deine Hand in den Rachen des Schweins. Achso. Die Totenstache muss eingesetzt haben. Seine Gelenke sind schon steif. Ein abschaulicher, süßer Gestank. Er fängt schon zu verwiesen an. Oh nein. Oh. 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 Das schöne kleine Ding wird dir helfen, zwei Zugangskarten zu finden, die du brauchst, um an unserer Party teilzunehmen. Darum wir den eisrichter Dienen liefen. Hm. Schön. Hör! Was war das denn? Alter! Was war das denn? Ich geh da nicht raus, bin doch nicht bescheuert. Und ich hab nichts. Alter, ich hab nichts. Oh fuck. Oh fuck. Oh. Oh ist der süß. Oh bist du süß. Oh ist der süß. Oh ist der aber süß. Warte mal. Geht das? Oh. Alter, ernsthaft? Wie soll ich denn da jetzt rauskommen? Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch, alter. Lass mich durch. Alter, lass mich doch durch. Oh, komm, ernsthaft, lass mich doch durch. Oh, alter, ist das... Oh, ist das behindert. Ach, wisst ihr was? Fickt euch. Ohne Scheiß, fickt euch einfach. Ciao. Kann ich meine Säge hier nicht holen? Ne, dieser Unterteil ist weg. Wo sind die denn, die beiden? Sind die noch da? Wo sind die hin? Ach komm, egal. Die Raimo! Huah! Bin gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Ah, ich weiß wo, glaube ich. Ich weiß wo. Tatsache. Ich werde verrückt. Jetzt frage ich mich gerade, wo waren denn noch die Schlangentüren noch gewesen? Die wir noch hatten. Mh, eine leckere Lunchbox. Boah, geil. Mal erst mal so einen, so einen Lunchbox mitnehmen für die Arbeit. So. Wo war die Abkürzung? Hier. Huah! Geh weg! Huah! Lass mich! Du kannst mich mal. Du kannst mich nicht verfolgen im Speicherraum. Ich kann speichern. Ich kann laden. Du nicht. Oh, Alter. Ich schaue es mir in die Hose. Äh, was ist das? Achso, hatten wir schon, ne? Oh mein Gott. Freunde. Ich muss mal meine Ärztin dir nicht fragen, ob ich mir einfach mal irgendwie so Schmerzmittel über die Hand gieße und ob ich dann gesund werde. Ob die dann sagt, ja, das stimmt oder nicht. So. Äh. So, muss ich... Warte mal, wir haben... Hab ich noch... Spaltmittel... Alter, wie viel Kraut wir haben. Dreimal Kraut. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal erstmal gucken wegen den Türen. Alter, aber die Oma, ne? Ohne Spaß. Achso, warte mal. Speichern erstmal. Ganz wichtig, speichern. Ich glaube, wir machen mal hier mal eine Pause. Ich glaube, wir machen hier an der Stelle mal eine Pause. Oh, Freunde, ich brauche... ...ne Pause. Ich glaube, ich speichere unten. Ja. Oh, Freunde. Danke. Danke. Third floor.